Was musst du als Au-pair machen? Da meine Community das unbedingt wissen wollte, habe ich euch einen Tag lang mitgenommen. Meine Arbeitszeit beginnt so um 7 Uhr und da bereite ich Lunch für die Schule vor. Nachdem ich die Kids gegen 8 Uhr abgelassen habe, habe ich jetzt bis 15 Uhr auf. Ich kann in dieser Zeit Sachen erledigen. Meine Skincare-Routine erledigt. Love your layout. Und mir haben meinen eigenen Starby vorbereitet. Der Becher hat mir einfach mein Gastkind geschenkt. Starby! Da Milis auch frei hatte, sind wir dann frühstücken gegangen. Die Straßentier sind unmöglich. 10 von 10 der Laden. Aber dann haben die versucht, einen türkischen Simit als Jerusalem-Begel zu verkaufen. Sag mal, hat's! Dann habe ich die Kids von der Schule abgeholt. Meine Aufgabe nach der Schule ist meistens etwas für die Kochen. Darauf achten, dass sie deren Zeug erledigen. Und so Aktivitäten herumfahren. Und habe den Zwillingen vor dem Schlaf noch etwas vorgelesen. Besser gesagt, die zwingen mich immer. Das ist so mein typischer Alltag. Und ich muss schon sagen, ich fühle mich wie eine Mama.